Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sie an, ein Lichtschwert. Ich war allein an das ziemlich lange und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD1, ich bin Kel. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Merrin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber überleben. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus? Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auf sich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, stehe auf Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Und wohin jetzt? Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Ich werde euch nicht mehr auf den Weg nach vorne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 undergoing primeroher untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Sieht nicht so aus. Ich will immer noch mit R kämpfen. Lager von Obdachlosen Die Unterwelt von Korsan ist ein nahtloser Ort, aber auch eine Zuflucht für die Mittellosen und Enteigneten. Schuppen und Lager in den Straßen und Gassen sind keine Seltenheit und zeigen die Ungleichheit, die unter dem Imperium nach wie vor herrscht. Jetzt ist die Frage, muss ich hier lang oder da unten? Mann, weil ich hier gerade eine neue Macht wieder erlernt habe quasi. Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Präretzklumpen. Was ist das? Ja, wunderschön. Kann ich irgendwie schleiden? Ja. So, bevor ich aber weitermache, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Musik Max